Hey Leute, ich will einfach nur sagen, dass heute eine sehr pussyhafte Folge kommt, weil mittlerweile wissen wir, wie die uns gefunden haben, nämlich haben uns der liebe Rumba und der TimGAG uns gefunden durch den Tab, weil unser Skin anscheinend dann so falsch geändert wurde, irgend so ein Kram. Wir haben in der Aufnahme durchgehend gesagt, die haben uns nicht gefunden, aber die wussten schon von Anfang an, wo wir waren, schon seit Folge 1 haben die uns anscheinend schon gesucht, aber ja, habt einfach Spaß mit der Folge und ja. Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von FABY. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FABY 2 mit dem lieben Lele. Hallo. Ja, wir sind jetzt in der dritten Folge angekommen und heute ist unser Ziel, die ersten Titan-Produkte herzustellen. Und wir müssen bedenken, dass in der dritten Folge so, also... Wir haben Titan, ich weiß nicht, wie es die anderen aussehen, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall Titan jetzt. Ähm, was das Problem ist, Lele, ist es so, du brauchst für eine Chestplate, okay, brauchst du ein Crystal, also das hast du ganz normal, das Titan, was du abbaust, den Crystal brauchst du, plus vier, ähm, aber ich würde mal sagen, lass uns draufgehen, lass uns draufgehen, let's go. Alright. Alright, also pass auf, du machst jetzt mal den Firmes, dass wir das Titan auf jeden Fall durch... Pack aber da nochmal, pack da nochmal Ofen hin, so, das ist vollkommen jetzt unnötig. Du hattest die Kohle, ich hab keine Kohle. Ich hab zwei Kohle noch, ich brauch noch Kohle. Nein, das ist doch Kohle, Deep Slate, ich bin nicht dumm. Ja, also, lass uns hochgehen. Dann lass hochgehen. Hier unten ist das meiste abgefarmt. Das, was ich sag, okay, das brauchen wir jetzt dringend, weißt du, ich mein? Ey, es ist... Warte, ich mach kurz anders Text ab. Oh, über uns ist ein Name, Tim-Gerger, ist da. Komm, 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 komm. Was ist... Die laufen, die laufen. Nein, wir gehen nicht hoch. Nein, 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 chill, chill, chill. Die sneaken, nein, wir gehen nicht hoch. Nein, nein, die sneaken, die sind laut weggelaufen. Nein, die sneaken. Nein, die sind weggelaufen, ich hab sie gesehen. Trotzdem, trotzdem. Ich weiß, wir sneaken weiter. Nicht bauen, nicht bauen. Lauf! Ich kann nur noch was machen. Scheiße. Und wir sind ja heute nicht hier. Die werden in 5 Minuten gekriegt, dann müssen wir holen. Wir müssen aus der Höhle raus. Ich sollte einmal ins Leben. Nein. Ist das alles okay? Ich esse was. Esst du gerade? Hast du gegessen? Ich esse gerade. Ich esse sie wieder. Laufen, laufen, laufen. Sie sind. Duес nicht. Das ist nicht. Es geht. Jetzt werden sie. Ich weiß nicht. Es geht. Es geht. Jetzt werden sie. Die gehen hoch, die gehen hoch, die laufen. Die gehen weg. Ich sehe Rumba, nicht ins Ding. Ich sehe es, ich sehe es. die laufen jetzt die laufen jetzt laufen jetzt laufen sie jetzt laufen sie sie gehen zu dem sieg wird glaube ich ich bin ja die sind halt hier die werden auch noch weiter hier bleiben weil die wissen dass wir sind warum er kommt wieder das problem ist ich habe halt ding nicht ich habe keine pickaxe bei mir drin wir sind da hast du gehofft ja du hast gehofft ja ja okay okay die gehen aber hoch irgendwie oder nicht laufen oben da kommt wieder da kommt wieder das ist der weg unten unsere zu gehen an ihr das an der seite da wo wir waren wo die süßbärm waren zum beispiel soll ich einmal ins nie nein hast du dich gemufft ja ich habe gerade schon gelaufen gerade links irgendwo von dir und ich habe ihn gerade gesehen ich habe schon wieder ausgehört muss ich einfach nicht weil sonst denke ich heiß oh mein gott leute soll so pussy mäßig spielen aber das sind echt gute spieler bei mir kommt mein kraft zu uns diese gruseligen grüße wenn man in der höhle ist in einer müde werden gekickt bitte lass sie gekickt werden die werden jetzt genau die dritte folge schon spielen die dritte die zweite zweite die werden gleich wieder nachschauen das aber trotzdem schnell weg können lasst lasst unten irgendwo unten wegbauen hier irgendwie unten wegbauen hast du naja wie sind nicht episode 33 die frage ist er ist in der nähe nein er wird nicht gekickt selbst nicht doch doch 15 50 blöcke oder er läuft zu ihm er läuft zu ihm bitte lassen gekickt werden bitte dass ich wenigstens meine dinge in dem fahrt nehmen kann hoff dich zu suchen sorry wir sind draußen was machst du gehst hoch ja wo sind die was denkst du sie sind irgendwo andere seite andere seite das dahinter sind da wieder sind wir da was runter lassen doch runter aufzubauen ich gehe ganz runter jetzt bist du bei mir hast du gerade gebaut ja hoff zu bauen ja was soll ich machen wie lange müssen hier sitzen bleiben komm mal zu mir was uns mal treffen irgendwie ich mache koordinaten um zu x minus 539 ok was x minus 539 und z minus 853 ich höre dich ja wo bist du und du zu mir bei mir ist überall bedrock ich bin minus 542 und minus 863 stopp schock zum gg zum gg und rumba wo wo geradeaus baut dich einfach nicht wir sind sehr nah ja ja pro was sollen wir machen die wissen nicht dass wir hier sind auf jeden fall er ist komplett nach stopp ist nicht erst über mir ja er braucht sich runter für die nein er hat etwas abgebaut warum schien die denn jetzt die ganze zeit hier die suchen genauso wie wir die wollen wahrscheinlich auch so schlau dass ich habe mich neben der lava gebaut die werden niemals checken dass ich hier bin war klar dass sie wieder nachschauen weißt du boah leute wir sitzen wir sitzen halt das ding ist die sind halt länger noch drauf wie wir laufen weg und wir können was in der folge machen oder nicht oder das ist die dritte folge jetzt halt sage ich mal hier sitzen ich habe keinen bock gegen die zu verhalten gegen rum wird das warum wird das im chat angezeigt die haben uns doch gesehen oder nicht glaube ich nicht die haben uns nicht gerafft weißt du was mein problem ist ja ich bin nicht voll zitrit ich habe diese explosionsschutz dingshose noch an alles mal egal aber das ding ist wir haben auf jeden fall das war jetzt wir haben uns nicht gerafft dass wir hier sind ich sehe ihn jetzt wieder rumba links scheiße die wissen nicht dass wir hier sind glaube ich es ist genau über mir er läuft zurück er läuft zu tim er läuft zu tim er hat einen creeper explodiert ja sorry alle leute für das pussige spiele aber was machen wir warten wir noch ihr wisst nicht dass wir hier sind oder das liegt aber grad er zum abbauen zum kommt auch wieder rüber die wissen dass wir hier sind die nein alles gut der in denen es handelt habe ich mit ein genommen würdest du das sagen ich habe gerade gesagt er war ziemlich nah auf meiner höhe was hast du gerade gemeint mit entscheidenden table habe ich mit eingepackt ich dachte du denkst dass die wir haben schon einen schaden table ja ich habe sogar ein bisschen lab ist schon ich habe auch glaubt das geht doch er ist wieder genau über mir es genau über mir die trennen sich auch oft die wissen dass wir hier sind glaube ich nicht sonst würden sie suchen und die wurden gerade gekickt also ich denke ich hatte die befürchtung haben dass jemand ist weiß wie die gerade gekickt wurden nur wenn die weiter jetzt hier umsteppen ich habe Angst dass ich von schiff er ist so können wir wissen nicht wo sein damit ist irgendwo rechts überlegt doch mal dann haben wir auch kein strike bis zu zehn folge weil wir den kampf hatten ich habe irgendwie zehn dias in der dings gehabt und davor weiß was wir machen können noch schlaue wenn die uns angreifen in si machen wir schnell noch zitrit rein ich habe 20 zitrit ich kann schnell reintun nee warte mal denn ja denn wir müssen dann das zuckerrohr drin lassen zitrin so drin dass die spinnenaugen scheiß auf die spinnenaugen dann ja die spinnenaugen können wir drauf kacken die heute jetzt warten wir noch mal schön vielleicht laufen die echt weg das ist so eine pussy folge hm ich habe dich zu bewegen das ist schon wieder so eine pussy folge ja digga what the fuck leute es wird nichts passieren schalt einfach ab außer wir werden gleich die fresse bekommen dann kommt es heute in den titel aber spult am besten vor bis ans ende da noch hier sitzen noch nicht dann wisst ihr es gleich was wir machen ich weiß jetzt nicht wo die hingehen sind ob die weitesten liegen oder ob die eine ist links der andere ist rechts wir müssen morgen 23 uhr drauf nein wir gucken einfach in den server lockt von die drauf geht schon weißt du für die kinder also eines links der andere mein ich es rechts einfach nicht klatschen aber sind halt gut wir könnten den halt schon in lava schmeißen ich sehe ihn wieder rumba ich nicht so hat gelaufen roxer war für ist tot gebrauchser wäffel geht direkt drauf ich sehe rumba auch die gehen hoch oder nein gehen nicht hoch er ist bei uns selbst über mir drüber wir können drauf hat der andere wassereimer der andere ist oben der hinten unten sind ja die können wir klatschen das genau über mir es gibt bei mir unten ich höre immer näher erst bei mir er ist unten bei mir wir können hoch weg rennen aber da ist wahrscheinlich rumba da ist rumba wärst du bei mir hätte ich gesagt komm lass drauf gehen weißt du ja aber wir sind auch nur zwei blöcke entfernt so hoch ein klatsch wie hin ich würde ihn schon gerne holen wenn ich dir auch ehrlich rumba ist da wo ist rumba jetzt also er ist sneaked ich habe ihn gehört footsteps er war so close er war drei blöcke neben mir er hätte direkt wir hätten einfach direkt auf das ding ist du bist bei mir ich das ist ein 101 bist du bei mir rüber gebaut hast durch diesen bad rock und was weiß ich okay habe ich bin einer von mir oder tot ich würde er ich bin bei minus x minus 539 und du minus 541 er ist bei mir er ist 60 hoch er wird drei die werden 10 minuten rausgekriegt er ist oben er ist oben wieder er geht er hat nicht er geht er geht er geht scheiße er bleibt da er bleibt da er ist bei der lava lass hoch auf ihn müssen wir so oder so rumba ist auch noch da jetzt rumba ah ne 10 gg ist oben er ist weit weg er ist weit weg er kann gekickt werden wo bist du siehst du siegert er weit weg ist ja ja ich seh ihn grad hoch die haben was herunterfallen lassen die haben was ja ja deswegen er ist weg er ist weg ich seh ihn noch nicht mehr er ist weg okay das ist schon mal gut wo bist du auf ihr kurz jetzt ich bin bei nein wir scheiß drauf ich bin minus ich bin minus 542 und minus 863 sind 10 blöcke circa 10 blöcke ich hab die erblick ich baue ein block bloß abgebaut angebaut angebaut dieses scheiß bad job wir hätten uns nicht so dumm runter bauen sollen wir hätten einfach da bleiben sollen wir waren ich höre mal nach wen rumba ist hier ich war das glaube ich okay gut rumba ist da nein ich höre die ganze Zeit Steps das war ich ich hab gesteppt glaube ich eine Minute oh mein gott was war das für eine verschwindende hör doch auf zu steppen man bitte hab ich nicht mehr halt die fresse jetzt dann ist rumba hier ja rumba ist hier rechts von dir er muss gehen er geht er geht er geht warum wird es im Chat angezeigt wenn die uns gesehen haben wenn die jetzt nochmal drüben die haben uns nicht gesehen sondern wenn die jetzt nochmal über uns drüber laufen und dann ist halt's maul abonni oh mein gott ich dachte hier wäre jemand weil jemand das hat sich so gehört als würde jemand Wasser über Lava machen aber das war einfach ein Dings eine Fledermoste in Lava reinfällt oh mein gott dann fritz naja jetzt ist die Frage wir haben gekickt oder nicht er kommt ich bin gekickt ich auch ich hatte aber gerade noch bitte lock dich nicht aus und spiel das in deiner Nähe oh mein gott ok das war die schlimmste Folge bisher das war die schlimmste Folge bisher ich schwör's dir ich sag dir ehrlich eigentlich hätten wir schon einen davon kriegen können bin ich dir ehrlich bin ich dir so ehrlich eigentlich hätten wir einen kriegen können Tim Gerge der war so oft frei ja der war so der war zwei Blöcke neben mir das war dumm von uns einen hätten wir kriegen können bis der eine tot bis wir den gedauert hätten und der andere gekommen wäre das auch wieder ein 2 bis 1 gegen den gewesen weißt du ich mein ja egal ich sag mal so wir haben es überlebt wir haben das meiste die meisten Gears abgebaut in der Schöheshöhle ok wir haben das ganze Zeug abgebaut die ganze Snatterrack äh äh wie heißt ähm ähm ich denke auf jeden Fall ja war jetzt ein bisschen pussiges Spiel aber wir wollten nicht weil wir kennen Tim Gerge und so aus den anderen und rum war es nicht schlecht und wegen dem würde ich mich vielmals fürs Zuschauen in der nächsten Folge in der nächsten Folge mach gerne positive Bewertung da genau und wegen dem Leute haut rein bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.